Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Volksstadel auf VOLKSTV. Seien Sie dabei, diesen Samstag, den 2. Dezember um 20.15 Uhr und erleben Sie eine unvergessliche Sendung mit unseren Gästen Simon Wild, und ich seh'n vor, wie bist du schön, Lara Bianca Fuchs, es glaubt allein für dich, die Kaiser, sie ist meine Swiss Lady, Franz Johann, Wir sind ewig gute Freunde und die Rodensteiner Ich will die Sterne berühren und Herzluften spüren wie bei Unsere Gastgeber Hansi, Martina, Luki und Markus garantieren einen Abend voller Musik und guter Laune. Nicht verpassen, bereits um 20 Uhr gewähren wir Ihnen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Freuen Sie sich auf den Volksstadel! Oh! 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 Vielen Dank.